Das muss ich aufnehmen. Weißt du, wieviel Batterie ich noch denn habe? Läufst du überall ein wenig rum? Oh Gott, das ist so süß. Die Bianca hat zum Geburtstag ein Polo-Outfit gekauft. Das hat eigentlich super gepasst für heute. Das hat sowieso ein hellblau Bayern-Ding halt. Weißt du, was ist das Karierte da? Ja, wo gehst denn du hin? Wo gehst denn du hin? Nein, die Autos sind nicht unsere. Das ist nichts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer will da Autos aufmachen? Nein, es geht ja Alarm los. Das ist nicht gescheit. Oh Gott, das war schön, ne? Oh Gott, das war schön, ne? Ja, das ist ja klar.